Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ein königlicher Lebenstipp. Habt ihr schon mal eine Lebensmaxime von jemandem gehört? Ganz sicher. Das bleibt nicht erspart, wenn man ein bisschen vertrauter ist. Queen Elisabeth II. hat zum Beispiel auch gesagt, ich habe lange genug gelebt, um zu wissen, dass Dinge nie lange gleich bleiben. Sie hat das erlebt, den vielen Wechsel. 96 ist sie geworden. Von meinem Großvater habe ich viele seiner Lebensmaxime gehört. Er hat mich sehr geprägt in meiner Kindheit und Jugend. Und eins, was er immer wieder sagte, was Gott hat wachsen lassen, das soll der Mensch nicht umkommen. Ich habe nach 1945 nie hungern müssen. War erst ein Jahr auf der Landwirtschaft und dann eben in der Fleischerei mit seinem Vater. Deswegen versucht er immer, jedes Stück Brot, sei es noch so hart auch zu essen und irgendwie zu verwerten, dass möglichst nichts weggeschmissen wird. Sparsamkeit, alles zweimal rumdrehen, die vollen Werkstätten mit den alten Schrauben und so. Das kennen viele aus der Generation, wo man nicht einfach in den Baumarkt fahren konnte und etwas kaufen. Oder ich denke an das alte Ehepaar, was das Ehejubiläum feiert hier in der Kirche. Und dann lässt es einen Text verlesen und sagt, der Glaube hat uns geholfen und appelliert an die Kinder und Enkel und Urenkel, am Glauben festzuhalten. Wunderbar. Wenn man solche Lebensmaxime weitergeben kann. Aber es gibt auch negative Lebensmaxime. Ich denke, solche Leute kennt ihr auch alle. Leute, die immer jammern. Wo alles immer, egal was kommt, schlimm ist. Und die finden bei jedem die schlimme Seite. Und das sind Leute, zu denen will man oft gehen, weil man merkt, sie brauchen die menschliche Nähe. Aber es nimmt ihnen so viel Kraft, dass man es gar nicht immer machen kann. Heute wollen wir die Lebensmaxime eines erfolgreichen Politikers hören. Er war erfolgreicher als Benjamin Netanyahu, der ja schon sehr lange regiert in Israel. Er hatte mehrere Länder besiegt und unterjocht. Aber neben diesem Erfolg gibt es natürlich auch viele persönliche Täler, die er durchlaufen musste. Persönliche Schuld. Aber das Wichtigste an ihm, er hatte eine ganz enge Beziehung zu Gott. Da kam seine Kraft her und auch seine Korrektur. Und er konnte auch Fehler eingestehen, was uns Menschen schwerfällt. Und er konnte auch auf sein Recht verzichten und anderen den Vortritt lassen. Fällt auch vielen schwer, besonders Menschen in Macht. Es ist der König David. Wir wollen uns heute einen Psalm von ihm angucken, den mir Gott gezeigt hat für heute. Und zwar der Psalm 62. Ich lese ihn euch vor. Ein Psalm Davids vorzusingen für jedotun. Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt alle ihn morden? Als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer. Sie denken nur, wie sie in Stürzen haben gefallen am Lügen. Mit dem Mund segnen sie, aber mit dem Herzen fluchen sie. Aber sei nur Stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitel Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig. Denn du vergilgst einem jeden, wie es er es verdient hat. Amen. Ich möchte ein paar Dinge mit euch bedenken. Erstens die Krise deines Lebens. Zweitens die Stille zu Gott. Drittens das Herz ausschütten. Und viertens sich nicht an andere Menschen hängen. Und fünftens auch nicht an das Geld. David steckt in der Krise seines Alters. Einer der Tiefpunkte seines Lebens. Er hat alles erreicht. Ist vom Hirten über den Hofmusikanten zum König geworden. Und er hat, er war eigentlich König von einem kleinen Reich, von Judah und Benjamin, Hauptstadt Hebron. Und hat es geschafft, das Nord mit dem Nordreich zu vereinigen, was viel größer ist. Was fünfmal so groß ist, also zehn Stämme umfasst. Und hat dann noch eine gemeinsame Hauptstadt erobert. Jerusalem sogar friedlich. Und dann hat er geschafft, einen Nachbarstaat nach dem nächsten zu unterwerfen, dass sie Tributzahlen machen müssten. Und damals war Israel sogar so groß, dass es Damaskus abhängig macht. Das muss man sich mal vorstellen. Das große Syrien, gut, es war vielleicht nicht ganz so groß, aber Damaskus musste Abgaben an Jerusalem zahlen. Und auch im Ostjordanland hat er geherrscht. Und auch bis Gaza natürlich runter. Und all das hat er erreicht. Und da passiert es, wie so oft im Nahen Osten noch heute. Sein eigener Sohn Absalom erhebt sich gegen ihn. Er hat vorher vier Jahre lang Verbündete gesammelt, Leuten bei Gericht geholfen. Und dann macht er den Aufstand und lässt sich zum König in Hebron ausrufen. Obwohl David noch bei bester Gesundheit, zwar etwas alt ist, in Jerusalem sitzt. Und sein größter, vertrauter, sein geistlicher Berater, der Ahithofel, der schlägt sich auf Davids Seite. Das war in der Geschichte immer so, wenn dann ein Gegenkönig war, musste jeder sich entscheiden, zu wem stehe ich? Zu dem alten König oder zu dem neuen? Und die Gefahr ist immer, dass der, der sich durchsetzt, die Anhänger des anderen Königs platt macht danach. Und so steht er da, der König David, so sehr, dass er sogar fliehen muss. Er kann nicht in Jerusalem bleiben, weil er die Angst hat, da umgebracht zu werden. Und das ist ganz real. Ihr könnt es nachlesen im zweiten Samuelbuch, Kapitel 15 bis 19. Da betet David zu Gott, wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt alle ihn morden? Jedem, der ihn ertraf, musste er überlegen, ist der jetzt für mich oder will er mich umbringen? Es wäre eine hängende Wand, die bald einkippt, eine rissige Mauer, die man einstürzt, bevor sie jemanden erschlägt. Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen. Mit dem Mund segnen sie, aber mit dem Herzen fluchen sie. Das war auch so, wenn jemand ihm entgegenkam und ihn als König huldigte, konnte er sich auch nie sicher sein, ob der dann nicht das Schwert zückt und ihn niedermachen will. David ist in der größten Krise seines Lebens. Sein Leben könnte jetzt tragisch enden. Und da gibt es eine Begebenheit, die ist wirklich verrückt. Da kommt ein Verwandter vom König Saul, den er ja immer geschützt hat. Er hätte ihn mehrmals töten können und selber König werden, das hat er aber nicht gemacht, sondern hat darauf gewartet, bis Gott selber König Saul aus dem Rennen nimmt, als er in der Schlacht verliert und sich dann selber umbringt und ins Schwert stürzt. Und der Verwandte vom König Saul kommt und er hat natürlich ganz viel Hass auf David, weil er denkt, eigentlich müsste meine Sippe aus Benjamin regieren. Und obwohl David inmitten seiner Männer steht, die alle bewaffnet sind, flucht er ihn ins Angesicht und bewirft ihn mit Dreck. Und die normale Reaktion wäre, dass einer seiner Knechte hingeht und ihm den Kopf abhaut. Und das bietet er ihm auch an. König David sagt aber, Gott hat es ihm befohlen, mich zu fluchen. Ich werde das jetzt ertragen, vielleicht segnet mich Gott. Das ist sehr ungewöhnlich für einen orientalischen König. Er lässt ihn fortgehen, weil der Mann hat eine gewisse Todesmutigkeit. Das wäre wie jemand, wenn jemand Putin aufstehen würde und beschimpfen würde. Der hätte auch kein schönes Leben mehr. Das ist übrigens auch ein Unterschied zu unseren westlichen Ländern. Da kann man das machen, ohne dass ihm viel passiert. Was ist deine Krise, in der du gerade steckst? Vielleicht hast du ja keine. Vielleicht geht es dir gut, aber sie kommt vielleicht. Aber vielleicht steckst du ja gerade in einer persönlichen Sackgasse. Vielleicht gibt es Spannungen in der Familie. Und du fühlst dich verlassen wie König David. Weißt nicht mehr, wer auf deiner Seite steht. Du hast das Gefühl, vielleicht alle stellen sich gegen dich. Keiner versteht dich. Oder vielleicht ist deine Arbeit eine persönliche Hölle. Du denkst, eigentlich müsste ich woanders hin, aber du kennst keine Möglichkeit einer, keine andere. Und es ist ja auch nicht so einfach, den nächsten Schritt zu gehen, was gewohnt ist, auch wenn es schrecklich ist, zu verlassen. Weil wer sagt denn, dass die Alternative besser ist? Dass man sich verbessert und nicht verschlechtert. Vielleicht ist es ja auch deine Gesundheit, die dich peinigt. Du merkst, dein Körper baut ab. Und da ergeben sich viele Fragen. Mit Blick auf König David hoffe ich, dass deine Krise nicht ganz so groß ist wie die von David. Der objektiv kurz vor dem Ende seines Lebens steht und sein ganzes Erbe ist dahin, dass er von seinem eigenen Sohn umgebracht wird. Aber natürlich kann sich meine Krise auch so anfühlen, so schrecklich. Auch wenn eine Krise objektiv meiner eigenen nicht so schlimm ist. Zweifel am Beruf oder Spannungen in der Familie. Das eigene Dunkeltal, das kann sich so anfühlen. Als ob es die größte Hölle auf Erden ist. Und die eigene Krise, die ist für die wirklich schlimme. Und da ist es auch wichtig, dass wir die Krisen von anderen ernst nehmen. Und nicht sagen, ach komm, anderen geht es doch viel schlechter. Sondern erst mal mitfühlen, wie schlimm das ist, wenn jemand allein ist. Wenn jemand sich verlassen fühlt, verlassen wurde. Aber es ist eben auch ein Unterschied, wie du in dieser Krise bist. Ob du eine Verbindung mit Gott hast und im tiefen, dunklen Tal bist. Oder ob du Gott vergessen hast oder ihn vorher ignoriert hast. Die Krise ist doch immer ein Ruf zu Gott. Und der König David, der jetzt gerade da in dieser Krise ist. Vielleicht darf es auch später aufgeschrieben. Aber er redet so, dass er gerade da drin ist. Er gibt uns, er gibt dir heute Hinweise, wie wir in dieser Krise durchkommen können. Wie wir es einüben können, auch wenn es uns gut geht. Auch wenn es dir gut geht. Das ist das wunderbare, königliche Lebenstipps, gibt er uns mit. Und das erste ist die Stille vor Gott. Wenn er sagt, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn es ist, denn er ist meine Hoffnung. Nochmal, David weiß, vielleicht ganz Israel kann mich jetzt töten. Ich bin zum Abschluss freigegeben. Ich weiß nicht, wer Freund und Feind ist. Und er muss flüchten. Aber in dieser Situation sagt er zu sich selber, sei stille. Er spricht zu sich selber das Wort Gottes zu. Sei stille zu Gott. Er redet mit sich selber, meine Seele. Und wir dürfen solche Selbstgespräche führen. Manche sagen ja, das ist Selbstgespräche führen, da ist man nicht ganz richtig im Kopf. Nee, das stimmt nicht. Die Bibel macht es uns vor. Wir dürfen uns selber Mut zusprechen. Und noch besser, wir dürfen uns Gottes Worte zusprechen. Und das ist gerade wichtig, wenn, wenn, und deswegen lernt Bibelferse auswendig. Fangt mit einem an. Wir sind in einer Zeit, wo nicht mehr auswendig gelernt wird, aber der Herr ist mein Hirte. Ist ein Bibelferse. Anfang von Psalm 23, auch vom König David. Und so, dass ihr das euch zusprechen könnt, natürlich kann man auch die Bibel lesen, aber man hat sie nicht immer parat. Oder wenn man nachts aufwacht, will man das Licht nicht anmachen, dass man sich das zusprechen kann. Im Alpha-Kurs haben wir ein Zeugnis von zwei persischen Christen gehört. Die beiden Frauen, die sind aus dem Iran geflohen. Da ist ja die Mullah-Herrschaft. Und sie sind zum Glauben an Jesus gekommen, oder vielleicht schon im Iran, und haben einen theologischen Kurs besucht. Und haben dann gesagt, wir wollen zurückgehen, um Menschen dort für Jesus zu gewinnen. Und sie sind wieder in Iran eingereist, obwohl sie wissen, dass Konversion und erst recht das Abwerben vom Islam unter der Todesstrafe steht. Und haben da tausende Bibeln verteilt. Nacht sind sie mit den Rucksäcken los. Und irgendwann wurden sie halt erwischt und wurden inhaftiert, in Einzelzellen dann mal zusammen. Und sie sagten, es hat uns getragen, alle Bibelfersen, die sie auswendig konnten, haben sie permanent aufgesagt, gebetet. Und das hat ihnen Kraft gegeben. Und Gott sei Dank sind sie dann, weil es internationalen Druck gab, auch freigelassen wurden und wurden nicht hingerichtet. Das wird auch Gott sei Dank im Iran nicht immer durchgezogen. Das hat ihnen Kraft gegeben. Der Theo Lehmann sagte, wir brauchen Christen, die für das Lager gerüstet sind, wenn die Bibel weggenommen wird. Kernbestand, Vaterunser, Psalm 23, bestimmte Verheißungsworte. Und das ruft sich in die Stille. Und jetzt nochmal, was sagt er? Sei stille vor Gott, meine Seele. Überlegt nochmal, David ist in der absoluten Notsituation. Er muss flüchten. Und stellt euch das vor, ihr müsstet jetzt fliehen. Irgendwie, wir müssten raus aus der Gegend und sagen, was geht denn da durch den Kopf? Habe ich alle Papiere? Möglichst, vielleicht komme ich nie zurück. Gut, König David war es vielleicht nicht so wichtig. Aber was nehme ich mit? Wie viele Sachen anzuziehen? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Was passt ins Auto? Wir können vielleicht mit dem Auto fliehen, vielleicht auch nie. Was schießt ihr da alles durch den Kopf? Und David sagt, sei stille zu Gott, meine Seele. In der Situation. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Dass ich nicht falle. Hier redet er vom Vertrauen. Er wird getragen vom Vertrauen zu Gott. Er zwingt sich in die Stille vor Gott. Wie viel mehr sollten wir das in unserem Alltag nicht tun? Der zwar auch stressig ist. Manchmal fühle ich mich wie auf der Flucht. Gott, aber ich bin es ja doch nicht. So schlimm ist das Leben mit drei kleinen Kindern nicht. Stille hat in unserer Gesellschaft ja zwar ein hohes Ansehen, aber leider nur in Form von Yoga. Also das Östliche. Das ist leider in unseren staatlichen Schulen so, dass da ein Gebet gesprochen wurde. Das ist völlig unvorstellbar. Aber Yoga wird allen Kindern oft gedrückt. Das brauchen wir nicht. Bei Yoga geht es darum, meine Seele leer zu machen. Aber bei der Stille vor Gott kann ich dem Schöpfer begegnen. Das ist viel wichtiger. Nicht mein armes Ich, sondern der, der dich wirklich trägt, dem kannst du begegnen. In uns drin ist auch das ganz Unvollendete. Da können wir uns nicht selbst erlösen. Und genieß die Momente, wenn du mal abends draußen stehst, Müll rausbringst oder sitzt. Mal tief durchatmen. Und Danke sagen. Blick in die Sterne. Oder nutzt unsere offenen Kirchen. Wenn du vorbeigeht, mal reinsetzen. Wenn die Gedanken des Zweifels, der Angst, der Negativität sind. Einfach mal beiseite schieben und dem Schöpfer loben. Sei stille zu Gott, meine Seele. Und dann drittens, das Herz ausschütten. David zeigt uns hier wie eine richtige Gebetslehre. Wie Beten funktioniert. Seine Lebensanweisung an dich ist, bete. Erstens in der Stille. Und zweitens dann das Herz ausschütten. Das geht richtig so an das Volk, was er sagt als König. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Liebe Leute, da steht wirklich Volk. Also das Volk Gottes oder Volk Israel. Das ist die Strategie. Vor Gott die Sorgen auszusprechen. Egal wie schlimm es ist. Manche Menschen haben ja die falsche Vorstellung, dass man, oder vielleicht auch sehr aktive Christen, dass man im Beten nur richtige Sachen sagt. Weil Gott ja weiß, wie es sein soll. Nein, wir dürfen alle Probleme ganz ehrlich vor Gott ausschütten. Alle Zweifel, die wir haben. Alles, was uns gegen den Strich geht. Alle schrecklichen Gedanken aussprechen. Auch gegenüber Gott. Auch gegenüber Mitchristen. Und das ist ja immer der größte Einfallstor für den Teufel, wenn ich sage, ich mache die Dinge mit mir aus. Ich traue mich nicht darüber zu reden, weil ich mich schäme, warum auch immer. Und wenn man es dann schafft, jemandem das auszusprechen, dann fühlt sich die Last schon gleich halb so schwer an. Ich darf Gott mit meinen Schwächen und sogar mit meinen Sünden belästigen. Ich muss nicht nur fromme Dinge sagen. Das Herz ausschütten. Das kann man auch sehr gut bei Spaziergängen tun. Zinsendorf, der war zwar ein Adlicher, aber auch manchmal arm. Und er wanderte einmal von Herrenhut bis in die Schweiz. War noch ein junger Mann. Damals gab es nur die Postkutsche. Die kostete viel Geld. War auch unbequem. Und er sagte, ich habe das genossen. Weil da konnte man in den Wäldern auf den Wegen, hat er immer mit Jesus geredet, wie mit einem Freund, der neben ihn her lief. Und so ist es auch gewesen. Und deswegen, wenn er in die Natur geht, begegnet nicht nur Gott in der Natur, sondern redet mit Jesus, was dein Herz bedrückt. David schüttet seine Angst aus. Sein eigener Sohn, der ihn töten will, der sich gegen ihn stellt. Und der dritte Tipp von David, hänge dich nicht an Menschen. Hänge dein Herz nicht an Menschen. Vers 10. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Sein Sohn Absalom und sein geistlicher Berater Ahitofel stellen sich gegen ihn. Sie haben ihn verraten. Und wer schon mal einen Verrat erlebt hat, der weiß, wie weh das tut. Wenn der Ehepartner fremd geht, die Ehe zerbrochen ist, das schmerzt. Wir Menschen, wir sind auf gute menschliche Beziehungen angewiesen. Wer nicht vertraut, wer verletzt wurde, sich völlig abgrenzt, das ist auch kein schönes Leben. Das ist auch ganz traurig, wie ein eigenes Gefängnis, was man zu seinem eigenen Schutz errichtet. Das heißt, wir müssen vertrauen, müssen investieren. Letzte Woche habe ich über geistliche Väter und Mütter geredet. Das heißt, auch im Glauben gibt es Vorbilder. Die brauchen wir Menschen. Das ist richtig und gut. Der Hebräerbrief ermahnt uns, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Aber auch ihr Ende, also den Tod, schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Aber gleichzeitig neigen wir Menschen dazu, andere Menschen zu unseren Göttern zu machen. Das heißt, wir hängen uns an sie und entwickeln in eine ungute Abhängigkeit. Unseren Glauben und Leben von ihnen abhängig zu machen. Da verwarnt uns das Wort Gottes. Bei Adolf Hitler war das so, er hat das natürlich kopiert, sich zum Gott zu machen. Heil Hitler ist ja aus der Offenbarung, heil dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das gilt ja eigentlich Gott. Und für Christen und so viele, auch am Ende des Krieges, das erzählen ja die Alten noch. Mein Großvater auch, der war 13 und sagte, als die hörten, Hitler ist gestorben, da weinten die ganz ehrlich, als ob der eigene Vater gestorben wäre. Und sagten, das soll jetzt aus Deutschland werden. Und Tausende haben sich das Leben genommen, weil sie dachten, Deutschland kann ohne Hitler nicht existieren. Und das ist falsch. Keine politische Partei, kein Politiker kann das Reich Gottes auf Erden bringen. Wir dürfen eine politische Meinung haben, aber wir dürfen auch nüchtern da sein. Und Menschen können uns nicht das Heil bringen. Auch in der Familie dürfen wir damit rechnen, dass mein Ehepartner, meine Eltern, dass die Sünder sind und Fehler machen. Das ist oft schwer, wenn wir denken, derjenige ist perfekt, projizieren alles rein und dann merken wir, das ist nicht so und dann tut es weh. Und auch im Glauben ist es wichtig, wenn ich einzelne Personen habe, die mir Vorbild sind, muss ich mich fragen, was würde es mit meinem Glauben machen, wenn der jetzt sich vom Glauben lossagen würde. Denn der König David will uns eine Beziehung zu Gott nahelegen, die eben direkt ist, nicht nur über Menschen. Menschen helfen uns, es ist wichtig, auch dass wir anderen Menschen helfen, auch im Glauben. Aber die direkte Beziehung zwischen Gott und Mensch soll gestärkt werden. Und fünftens, ihr sollt uns nicht an das Geld hängen. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub, nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. König David spricht natürlich erst das an, was er hat, nämlich Macht, viele Männer zu rumkommandieren, das ist bei ihm wichtiger als Geld. Er hatte Gewalt, starke Männer und da könnte er jetzt auch drauf setzen und sagen, ich setze mich mit aller Gewalt gegen meinen Sohn durch, aber er weiß, damit kann er sein Königtum nicht erhalten, wenn es Gott nicht will. Und er wendet sich an uns einfache Leute, was für uns die Macht ist, das ist das Geld, der grüne Schein. Mit Geld können wir was kaufen. Und das Schöne ist, der David ist völlig realistisch. Fällt euch Reichtum zu. Wir dürfen reich sein, das ist gar kein Problem. Wir dürfen sparen, wir dürfen was auf dem Konto haben. Du darfst ein erfolgreicher Unternehmer sein, auch was auch immer, aber hänge dein Herz nicht dran. Und der David merkt in der Situation, es kann so schnell vorbei sein, auch mit seiner Macht. Er ist noch der mächtigste König, weit und breit, und dann nächsten Morgen wacht er auf und muss wie ein Hund fliehen aus seiner eigenen Burg. Die Bibel sagt uns im Erbräerbrief, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, das ist ein Verheißungswort aus Joshua, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Das Geld rettet dich nicht, das tut nur Gott. Wenn wir Angst haben, das steckt ja dahinter, das war verhunger, das war verarm. Gott rettet dich. König David wurde gerettet. Sein Sohn Absalom kam mit seinem Aufstand nicht durch. Und Gott rettet auch dich, vor allem in der Ewigkeit. Nach dem Tod gibt es nur eine Rettung, die ist durch den Gott Israels und seinen Messias, Jesus Christus. Deswegen erstens, egal wie groß deine Krise ist, zweitens, ab in die Stille und bete Gott an. Drittens, schütte dein Herz bei ihm aus, denn er hilft dir. Und viertens, verlass dich nicht auf Menschen, die werden dich enttäuschen, über lang oder kurz, sondern hänge auch dein Herz nicht an Geld, denn Gott ist es, der dich rettet. und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.